Digga, ich frag mich, warum nicht mal 50 Spieler leben? Oh, kenn ich auch nicht. Mein Main. Sag doch, wenn du stirbst, dann ist vorbei mit dir, ne? Du weißt. Ich will ja, dass du besser spielst. Du weißt. Lerven. Okay, okay. Du darfst nicht sterben. Sterben ist verboten. Hast du verstanden? Verwaffen. Wenn du durch diese Dynamit stirbst, dann ist weiter was. Flugzeuge. Ja, ich hab nicht mal ein Schlupengewehr. Oh, so richtig. Wohl Waffen. Kacke. So richtig schwer. Ein auf den, ich wär dein Führer. Ist ja auch alles im Spaß. Okay, ich versuch die ganze Zeit, diese Eisteil zu benutzen. Eigentlich kann ich das perfekt benutzen, aber... Ja, ich kriege nur Sniper-Oni, was ist das? Das ist wahnsinnig. Gib mir ein Schlupengewehr. Gib's ihm ne Sniper. Gib's ihm ne Sniper. So schnell für dich, du musst schneller laufen. Okay. Wenn du nicht schnell genug bist, brauchst du nicht anstecken. So. Danke, gib mir auch Sniper-Moon. Brauchst du gar nichts. Alles geht nirgendwo. Ich hab bis jetzt immer noch kein... Ey, sie legt ein Jagdgewehr. Dann loot schneller. Loot schneller. Meine. Ja, 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 ich hab gleich erstes gesehen, aber komm, komm. Ich bin da schon sofort zu mir ran. Und ... jo 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 . Ich meine Max Claude. Ich mein Name Christian, schön, dass du eingeschaltet, was geht. Grüss dich. dort ist wieder auf der Karte also mitglied und auch nicht nur grüßt sich dazu eingeschaltet was geht ich bin gerade in der ersten Runde einfach in der normalen Du-Runde und wir müssen uns ein holen uns mehr zuerst holen hier den Efe-Strumm auch lecker weil es zu liebsten grad 47 Spieler am Anfang der Nigi kann ich mitzocken um 18 Uhrs Abo zocken da kann jeder mit mitzocken, egal ob er PC-Spieler ist, hätte ich wieder PSG-Spieler Nein, Tauer! Hau ab! Nintendo-Spieler und so weiter jeder kann mitzocken jeder jeder auch ok das ist ja schön echt? wenn du mich umbringst dann warst das nicht? Entschuldige Du bist ja asozialste Mensch der Welt ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich boxig ich hasse dich boxig ich scheiße ich scheiße oh ich scheiße alles war das Abo zock um 18 Uhr so Tom Schröder grüße ich schön dass du eingeschaltet hast was geht ich grüße auch nie klatschen dass du eingeschaltet hast was geht muss heute zum Training in 15 Minuten Niga kein Problem Bro dann regel ich das selbst so bitte leider noch aber wenn sie es dann morgen abklaufen das ist ja noch das ist ja noch morgen ein hier nehm die Blacks drauf weil sie Black ist niga du siehst äh das ist ja rassistisch genau weißt du sie ist ja Black haha übertreib Funnel ist krass rassist ist krass rassist warte das ist ja nicht schwarz warte warte ich komme gleich bist du aufgestellt bei Epic als der Endlinge muss man morgen gucken hab dort ein Spiel ok 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 Blackstar gesichtet auf mit diesem Feuerwerk Digger bist du ein Chineser oder so haha ey ich denke weil in China wird grad Neujahr gefeiert deswegen bäh ich denke man muss ein Chineser oder bruder krass er ja wann machst du abo zocken natürlich auch macht's nur ihr wisst bescheid jemma xd grüß dich schön dass du eingeschreit hast was zu gehen mein Freund das geht das geht ich sag wir haben gerade keine Toppie erwischt niger 43 Spiele namens Boxingman ja push ihn doch mich hallo echt ich hab gesagt ihr kommt den Typ namens Boxingman wir sind da fliegt mich mal warte wir fliegen jetzt nach die USA Lab okay wir fliegen jetzt nach die USA Lab okay ich hab heute die 130 Abos geknackt ja das hab ich gesehen Christian richtig nice richtig richtig nice ich sag doch das loben sich eigentlich nicht mehr Warte ist hier Loot? Ich glaube früher, weil ich muss um 38 Uhr oft Hey, meine ich bin ja nicht gar nicht dran Ah, hey früher geht nicht Ah, hey, okay, ich könnte vielleicht noch so 17 Uhr und 50 oder 45 ankommen ungefähr so aber noch weiter zurückgehen also so 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 16 Uhr und 54 dass wir so dass der truhe warte ganz kurz wird sie eine einzige warte ganz kurz warte ganz kurz, da ist eine truhe welche truhe oder hier gibt es metz, hier gibt es eine truhe und zwar richtig viele metz, guck dir das mal an ey lass mal, lass mal hier rennschrecken noch looten und dann lass die ruse warte ich fahr auch mal die ganzen kakkeen ab was fahren sie so viele jungen, ich hab 1000 metz ich muss deine netz, alter wir warten nicht umsonst lohnen sie, ne? Junge Junge, wie daten lohnen sie damit du metz, Farms, Bro, was ist los bei dir? hier kann man auch metz, Farms oder brauchst lange, ich muss für das weiter, auch weiter die Geschwindigkeit ist alles mit dem game ey komm mehr, jetzt bin ich genau fertig hey komm mehr ja, los ey ich freu dich jetzt komm flieg 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 Jerusalem wir kommen kommen chinesische 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 ok, danach nach lucky landing, du bist bescheid lucky lucky brother er ist alles gelootet ja ok dacke luke willkommen dacke luke da war noch ein bisschen loot Egal Yolo darfst du Lama Lama von mehr Nein ich weiß nicht damit die sich bohse zu laufen das ist ein Kameel oder du bist aber los das ist ein Kameel das ist ein Kameel wo das ist ein Kameel Lama wir laden hier ein Kameel Jungen sind es unterschiedlich hier ist wieder Rassisten Ska Rassisten Ska Rassisten Rassisten Ruf als sie Black ist Ruf als sie Black ist Ruf ja wei hey geh nach bei mir los komm 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 wir müssen ins Flugzeug komm mit mir Flugzeug schnell warum? bewegt dich damit wir abhauen können was denn sonst ok ey ähm falsche Richtung wir müssen nach hinten drehen nach hinten ganz still mein Gott ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen komm bist rausgeflogen? Scheiße ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen hab ihm drei hits gegeben noch ein Hit nur noch ein Hit bei einem bei dem Spieler da fehlt mir und ich hab kein Stummelwärmen mehr Digascheiße ich versteh'n der ist aber nicht worden der ist aber nicht worden ich hab mir zwei jetzt gegeben jetzt Angriff tschill Junge tschill Junge ich pass auf ab 1 geil die sind gar nicht so gut oah gut gemacht ok gut 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 nimm die Skar mit 3 super super ey ich hab auch Minis für dich ja ich 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 gib dir 4 3 oh danke Bruder danke für die Bandagen warum nicht sicher schade dass unser Flugzeug jetzt kaputt ist ja das ist halt auch Michael er hat legendär Acker irre und nochmal ein legendäre Pump und ich hab noch Lagerfeuer komm wir müssen die legendäre Pump erst mal zu ausbreiten erst mal zu ausbreiten erst mal zu ausbreiten ok da kommen welche alles geht da kommen deswegen ich sag ja nicht umsonst wir müssen ins Haus rein wir sind über uns ich glaube es aber ich bin runtergefallen scheiße du hast mich grad überbaut ehrlich du bist jetzt bei mir Hilfe also komm mal mit komm mal mit komm mal mit ich hab nen Plan ich hab Plan Alter du Tieter jetzt hast du mir jetzt die ganzen den ganzen Schaden gegeben ja ja warum brauchst du nicht du hast mich weggebaut du hast mich weggebaut du hast mich weggebaut du bist zu langsam Bro komm schnell 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 ein Headshot ein Headshot ein Headshot mit 130 Headshot er ist One-Hit er ist One-Hit er ist One-Hit ab ihm oh mein Gott alter mit zwei Leben hab ich ihn jetzt seh ich endlich mal dein Potenzial digger ich seh dein Potenzial endlich oh zwei Leben gehabt jetzt komm schnell du musst uns bewegen komm es gibt dir Lagerfeuer alles wenn du mal grüßt okay okay beweg dich oh komm er hab keine Zeit Bro close Bro so close ich weiß los komm Digga heiler zwei Leben darf ich Werbung für meinen Kanal machen darf so machen wenn du Mitglied bist Bro wirklich nur wenn du Mitglied bist vom Schleswig-Höhrer in die Welt okay jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt aber mit je zwei Bandagen verdichtigt jetzt noch eck dir erst mal danke da gibt es noch mal Lagerfeuer für uns beide okay 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 warte noch nicht noch nicht ah doch okay dann eben okay so 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 wir heilen uns aber krass dass ich den Typ wieder 200 Reben hatte hab ich gesehen habe ich gesehen die heftig willst du nicht dann darf noch keine werbung machen so wie immer darf natürlich darfst du aber ich mach ja das abo zog wenn du machst nur und dann kann jeder mit mir doch egal genau jetzt dann bekomme ich dann kaum bekomme ich dann du wärst noch voll egal schätze aber dass du mich einmal einfach wenn ich baue irgendwie kommst du nirgendwo hoch oder so das heißt die muss man nicht mal hinter mir sein nun mal links oder rechts gehen ja ich hatte es zu bemerken also nicht hier hier kommen wir hier das ist schlauer weil dann kann ich hier schießen du kannst dort schließt bestehst du bisschen taktik aber ja aber das ist da gerade ein das erst mal das erst mal das haus so dass du noch blut aber zum haus gehen kommt aber nicht so lange ich sagte ich dachte dir das zum mich totgebot auch so mit zwei Leben gerade Prozent was wir heute weiß ich nicht mehr dort vorhanden so schlusskassiert okay noch sechs spiele ich kann aber kein bisschen werden er zählt ja ich sehe du kannst auf jeden Fall mit dir werden wochen und pc und laptop alles pc oder laptop muss halt noch von der Seite gehen und dann auch mein kann aber dann siehst du auf meiner Seite mein Kanal bild auf diesem kanal bild steht direkt daneben mitglied werden drückt auf dieses zeichen mitglied werden dann kommt auf eine extra seite wo ein grünes symbol ist du kriegst das grüne symbol das ist der 499 mussten bezahlen für mitgliedschaft und ja gibt die kreditkarte und aus der beziehung kein laptop game wechselt heutzutage hat doch jeder computer lebst du in dem stein alter und auf munter georgio sie grüße ich bin dass du eingeschaltet das was geht so ich weiß hab's gesehen pass auf nicht immer hinter mir links oder rechts das ist noch so mit links oder rechts zu sein nicht hinter mir eine neue übung für dich ich habe auch bei mir ist jemand bei mir ist jemand ja wo bist du denn doch noch nach unten alter nach unten zum guter taktik ist nicht zugegne ich sag klatsch aufholen und nicht kämpfen wer hat mich auf einmal gesehen ja kommt 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 schnell 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 zu mir schnell bewegt dich und ein abhaus gewesen die sind die hier sind noch die letzten durch die letzten die spieße müssen einfach nur ruhig die beiden das hat die hinsicht die dritte wenn die aber nicht rausgehen ist es eine gute chance eigentlich kämpfen kämpfe gar nicht dein job ist es jetzt einfach nichts zu tun muss überleben nicht schön aufmacht macht nicht so viel ich glaube ich kann rausgehen die eine zu diesem bleibt sneaky bleibt sneaky ich bin gerade sind wir sind das nicht ist okay das nicht eine politikung geschickt müssen müssen nur noch ein du der letzte du Sehr gut, sehr gut! Hey, welcome guys! Ja! Ich will das nicht! Geil gemacht, Junge! Super! Braucht man nicht so viel, kommt man lieber runter! Aber okay, wenn du nicht willst! Meine Güte! Krass, krass! Geil, Junge! Den letzten hab ich doch richtig getrollt! Geil! Den letzten hab ich getrollt! Weil er Pro ist, ich hab einen, Digga! Man hat grad gesehen, hat's gesehen! Ich bin in ihn reingegangen und hab gesagt, Hallo! Und dann BAM! Ja, dieser Van, dieser Jerome am Ende, der war richtig schlecht! Ich hab ihn ganz am Ende nur mal für kurzen Moment angeguckt und dann hab ich ihm Hatschock gegeben! Hehehe!